Herzlich Willkommen zum ersten Die Jungs Zocken im Jahre 2013. Ja, wir hoffen ihr seid alle gut reingerutscht, aber auch nicht zu sehr, weil wenn man zu sehr reinrutscht, dann kann es auch weh tun. Wisst ihr? So, heute zocken wir. Wir zocken heute Pokémon. Ja, genau. Ey, passt. Angry Birds Zocken wird, gibt es nämlich vom PC. Und ich würde sagen, wir reden schon wieder viel zu viel im neuen Jahr drum. Lass zocken! Pick-Bang. Pick-Bang-Serie, oder was? Wir konnten... Leider irgendwie konnten wir nicht widerstehen, wir haben schon ein Levelchen gezockt. Wir zocken, sag mal für euch. So. Wir haben schon drei Sterne. Hör, hör! Soll ich lieber anfangen, wenn es die erste ist? Oh. Hier, fang an. Warte mal. Muss ich jetzt zusammen? So. Ziehen wir den? Soll ich den Hucken schießen? Tissi, du weißt ganz genau wie das geht. Hör jetzt auf. Yeah! Es gibt Schweine-Kotelette im neuen Jahr. Baaah! Yummy, yummy. Baaah! Hab ich gewonnen, oder was? Nee. Ach, jeder darf immer einen Vogel schießen? Doch, du hast gewonnen. Ich dachte schon so... Die Schweine sind... Du hast einen Neu-High-Score aufgestellt. Sag ein Mann! Yeah! Der erste! 2013 ist mein Spieljahr! Mein Gamejahr! Wuh! Es gab... Wow! Voll die Grasplantage, ey! Der ist schon voll stoned und... Warte mal, warte mal. Ich hab einen Trick, glaube ich. Nee, doch nicht. Lass mich! Warte auf Pseudo! Ist... Doch, doch, doch. Ich glaube, es geht so. Guck. Du musst durch den Monsun... hinter dem... Nein! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Was für eine Taktik! Was ist das eigentlich für ein Planet, Alter? Das ist der Mond! Hey, wir sind voll gut, ey! Wir sind mega gut! 1, 2, 3! Oh! Jetzt geht's schon wieder richtig los, oder was? Pass auf, weh! Du schaffst nicht mit einem! Natürlich schaff ich mit einem! Dann schlage ich dich! Du schlägst mich nicht! Du schlägst mich nicht! Du schlägst mich nicht! Du schlägst mich nicht! Oh, 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 oh! Boah, die Schweine werden heute geschlachtet im neuen Jahr! Das ist ja der Wahnsinn! Entschuldigung! Das ist der Wahnsinn! Wahnsinn! Alter! Warum?! Tissi! Du musst das ganze Spiel neu spielen! New High School, man! Was ist denn das schon wieder? Analsonde, oder was? Man, oh man! Hat der Gras am Arsch! Warte mal, warte mal! Wir müssen so durchschießen! Oh, es scheint aus wie zwei Brüste! Du darfst aber nicht diesen Zoom da berühren, sonst zoomst du dich rein! Es kommt aber aus dem Kompletten! Und jetzt! Oh, 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 oh! Nein! Doch, doch, warte, warte, warte! Komm schon, komm schon, komm schon! BAM! Boah, da fliegt... Wir dürfen die ganz schwere Sachen nicht mehr oben hin lagern, sonst fällt es mir irgendwie auf den Kopf! Ich bin total emotional beim Spielen! Ich hab gewonnen, Alter! Und drei Sterne in your face! In your face! In your face! Ist zwar nicht mehr YouTube mit fünf Sternen, aber drei Sterne sind auch gut! Du bist für mich der Sonnenschein! Kennst du das hier noch? Wo du selbst deine Kohlensäule Wasser machen kannst und so? Wo du Kot dein Wasser machen kannst? Da kannst du einfach nur Wasser reintun, so Sirup-Soda-Club-Dinger so! Voll gut, ey! Boah! So, so, jetzt geht er zurück wieder auf die Erde, Felix Baumgartner-Style! Und räumt alles ab! Aus! Stopp! Der war echt gut! Voll angespatzt! Wir rulen voll, ey! Jetzt könnt ihr immer sagen, dass wir Loser sind! Jetzt gehen wir ab! Drei Sterne, Bitch! In your face, Bitch! Gib mir fünf Sterne, Bitch! Ein Stern! Deinen Namen trägt! Hast du noch paar Sterne wieder? Warte, lass uns mal überlegen! Oh, Concentration braucht der OGs! Oh, Chicano! Oh, oh, oh! Scheiße! Oh, oh! Oh, oh! Toll! Und ich darf's wieder ausbauen, Alter! Was super, Oost! Scheiße! Ganz toll, Oost! Fuck! Das war Glück! Das war nicht Glück, das war Können, das war durchdacht! Ja, Oost, du hast dich mir versaut! So ein Quatsch! Der ist versperrt wegen dir! Jetzt musst du's mit einem wieder hinkriegen! Wie denn? Ich bin doch kein... Magier? Ach, du bist doch Magier! Ich bin doch kein Uri Geller! Du bist Zauberer von Oost! Ich bin doch kein Uri Geller nicht! Oh, das machst du! Jetzt kommt... Around the world! Scheiße! Ach, fuck! Jetzt kommt der Zauberer von Oswald ins Kino, ne? Echt? Ich bin bald im Kino, schaut mich an! Du bist ja so im Kino, du Schwein! Warum lässt du das Schwein am Leben nur, weil du Schweine magst oder was? Nein, Mann! Jetzt lass mich mal richtig überlegen! Jetzt darf ich wieder! Du hast gefehlt! Ach, scheiße! Mann, wir hatten grad so'n Siegeszug! Ich glaub... Mann, wir hatten grad so'n Siegeszug! Immer noch! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Ja, ja, ja! Und jetzt kannst du den übernehmen! Ja, aber wie denn? Du musst hier oben reinschießen! In die Gebärmutter sozusagen! Warte mal, ich sch... Ey, das ist wirklich wie so'ne Eizelle! Und erst drin der Sperr wird... Oh, oh, oh! Yes! Double-Tie! Ah! Das wird ein Angry Bird, glaub' ich! Ah! Wenn die so reift... Das Angry Bird reift so an... Ah! ... und wird so im neunten Monat... Schon wieder nur zwei Sterne, Mann! Wir sind so schlecht! Schau, wir haben ein goldenes Ei! Ja, Tisi, wir haben das Level auch erst einmal gespielt! Natürlich haben wir den Highscore direkt! Was ist denn das? Boah! Triple-Time! Triple-Penetration, okay! Boah! Was hat der da für'n Iglo? Nein, du musst wirklich überlegen, bevor du schießt! Tisi, du musst überlegen, bevor du schießt! Ja, okay! Ich würd... Ich würd... Das Spiel abbrechen! Nein! Nein! Ach so, ich... Ah, fuck! Ich hab' vergessen, den zu trippeln! Wie trippelt man den dann? Einfach nochmal drücken! Ach so! Du musst es doch anschauen, die Anleitung! Wenn's schon da steht! Scheiße! Ich hab' mich wieder nur aufs Labern konzentriert! Du hast doch auf deinem iPhone auch Angry Birds! Weißt doch, wie das geht! Ja, das ist aber anders! Schau, ich zeig' dir mal, wie das geht, ey! Oh, bitte sei nicht so loserhaft! Zeig's doch nicht! Ich hab' die komplette Statosphäre kaputtgemacht! Ja! Was bringt die Statosphäre, wenn du das Schwein schlachten musst? Ich kann nix dafür, wenn das so! Du kannst nix dafür, dass du kein Schwein schlachten darfst! Ja! Toll, Tisi! Du hast nichts getroffen! Ob, 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 ob in der Erde noch irgendwie, äh, ja, ist! Mann, wir haben nur noch einen! Was hast du denn tun mit dem? Du wirst wie ne Frau! Frauen werfen im Sport immer so und drehen an die Hand nach hinten! Sehr gut! Ja! Jetzt haben wir zwar keine Extra-Frauen... Voll gegen Frauen bist du, ey! Ah, Quatsch! Du bist doch noch selbst ne Frau! Ah, Quatsch! Egal, ein Stern! Alter, nur ein Stern! Wie peinlich sind die! Ey, als ich in Amerika war, gab's doch wirklich Angry Birds als Brettspieler! Wie konntest du denn dich so abschießen auf so einen Katapult? Oh Mann! Ich hatte die Angry Birds Idee schon vorher! Oh, schau mal, da ist ein goldenes Ei aus! Wer hat... Da liegt ein goldenes Ei! Tisi, wie... Ich hab... Weiß doch noch! Ich hab dir doch mal gesagt so, hey, ich hab volle Idee, wir machen mal so ein Spiel! Da geht's darum, äh, Vögel zu schießen und mit Schweinen und so was! Weißt du das noch? Nee, eigentlich nicht! Doch, doch! Ich hatte die Idee wirklich schon vorher! Warum... Hallo! Du bist voll wie der Jan von Ape Crime! Hallo! Quatsch! Hallo! Das ist nur ein Scheiß! Warum... Quatsch! Warum splittet das denn nicht? Hallo! Der soll sich jetzt mal splitten! Wo drückst du denn da drauf? Einfach nochmal! Das haben wir gebrochen! Und du bist scheiße schlecht! Schau mal! Ich kann nix dafür! Die waren im Weg! Ah, 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 ah! Vielleicht der Eiswürfel! Shake it like it's hot! Nein! Du musst uns retten, Tisi! Ich rette uns! Natürlich hätte ich uns! Ey, ich wollte ja auch auf das Gras! Ich dachte, ich soll das aufs Gras ziehen! Scheiße, Dude! Scheiße, Dude! Level fail! Schau mal, der lacht uns voll aus mit seinem Bart! Bertiga oder was? Bart! 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 Was denn? Wir müssen warten, bis die uns auslachen! Wir müssen es über uns ergehen lassen! Fick dich, du Schwein! Ja, nur weil du Schweine magst, oder? Was ist los mit dem? Der flucht voll rum! Darf ich ja nicht Schweine beleidigen in deiner Nähe! Weißt du, wie Schwein auf Türkisch heißt? Schwün? Domus heißt das hier! Domus? Meinst du Domian mag Domus? Komm! In die! Yeah! Eins hab ich kaputt! Das andere machst du jetzt! Schau, schieß! Schieß da unten durch! Ja! Schieß so durch! Aber schneid den ein bisschen an, dass der so im... Ich weiß schon wie mach! Schneid den an, okay? Ja! Noch nicht? Doch! Ja, hätte ich dick mal! Schau! Der alte Dagobert Duck ist tot! Yeah! Das goldene Ei haben wir nicht! Da fehlt uns das goldene Ei! Aber was bringt uns das? Goldständer! Goldei! Hey, drei Sterne! Deluxe! Drei Sterne für dieses Video! Nein! Fünf Sterne! Wir müssen immer so Sterne-Witze mit einbringen! Jetzt hab ich noch drei Sterne Deluxe, aber das kennst du nicht! Das war vor deiner Zeit! Fünf Sterne Deluxe kennt jeder! Drei Sterne Deluxe heißt jeder, oder? Hä? Die heißen Fünf Sterne Deluxe! Hä? Die heißen auch 2,5 Sterne Deluxe, oder? Boah, war das peinlich jetzt, Tisi! Ja, schon, ey! Dass du mich noch korrigierst und dann... Okay, außer... Meins stimmt! Ich hab behaarte Füße! Ich bin ein Hobbit! Mensch! Scheiße, ich hätte den noch splitten können! Ja eben, du Vollsplitter! Mist! Ich bin der Spitter am Mic! Spitz es wie ein Herz! 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 Was heißt das denn wirklich? Was ist das? Boah! Ich hoffe, wir kriegen drei Sterne, ey! Weil wir zwei verschossen sind! Wer im Glas aussitzt soll nicht mit Steinen werfen! Das gilt an euch Schweiner da draußen! Toll, wir haben jetzt wegen dir schon wieder nur zwei Sterne! Hä? Weil du nicht gespittet hast! Bitte spitte! Zwei Sterne für... Ey, wisst ihr eigentlich da draußen was spitten heißt? Zwei Augen! Pass auf! Ich kann mal spitten! Boah, man friert da ein! Oha! Boah! Boah! It's your turn, dude! So, wir wollten ja noch kurz ein kleines Spittnis! Zum Beispiel... Äh, bald kommt der Osterhase! Da drüben läuft ein sexy Hase! Wisst ihr? Mit dem Money Boy Steady! Das war ein bisschen in Bedeutung! Alter! Money... Der hat wieder so ein geiles Video gemacht! Wir haben Money Boy abonniert! Ja, wir stehen dazu! Wie heißt der? Sepp... Seppo! Seppo irgendwas, oder? Das heißt doch sein Kanal! Money Boy ist halt einfach der Beste! Heißt du nicht... Heißt du nicht... Carlos? Nee, das war wer anders! Carlos? Nee! Carlo, oder wie heißt der? Ich hab letztens gesehen, der sah aus wie Zack-Görle für Nachos! Der sah wirklich so aus! Der war... ...gefüllt... Und hat den Bart! Hat den Bart! Ja, ist halt so! Dann ist es natürlich Zack gewesen! Hey, wo ist denn Carlos? Ich dachte auch letztens, als ich in dir war, dass ich Zack-Effrin gesehen hab! In mir? Baaah! Du kannst nicht in mich rein! Du kannst vielleicht in meinem Pullover drin sein, aber du kannst nicht in mir sein! Warte! So, jetzt machen wir einfach... Mal get on! I don't wanna close my eyes! Ich war da! Ich war da! Scheiße! Scheiße! Ziemlich zwei Runden dran! Das geht ja! Alle! 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 Eine Straße! Viele Bäume! Ja, das ist eine! Alle! Du bist schlecht! Und hast dich gespittert, du bist bitter, Alter! Ja, weil ich mich nicht konzentrieren konnte! Fuck! Ich hab gar nichts dafür, dass ich nicht multitaskingfähig bin! Ist halt so! Bin halt... Bin halt ein Mustach! Bin halt ein Mustach! Bin halt ein Mustach! Ich hab doch kein Mustach! Meinst du einen Mustach! Hä? Das ist nur dein Gesicht! Nur wegen Kot! Ich hab keinen Kot im Gesicht! Ich hab keinen Kot nicht im Gesicht! Wir machen da noch ein Level, oder? Keine Nacht! Ja, da haben wir sowieso durchgespielt! Nein! Nein! Komm, komm, komm! Völlig los! Wow! Wie du mich umarmen wolltest! Das haben wir voll gesehen! Ah, ne doch! Du-du-du-du-du-du-du! Zwinge mal dein Kot-Saft da! Du Kot-Nascher! Das ist halt... Cola! So! Jetzt Next Level Shit! Oh! Müsst du die Treppe runtergehen? Ich glaube, ich hab ne Idee! Dann muss man das hier rein splitten! Dass der genau hier oben runterfällt! Ne Kettenreaktion auslöst! Ja, fast! Fast, Tisi! Warte, ich will mal gucken! Du hast auch was im Gesicht? Nee! Du hast nur so einen kleinen Pflaumen im Gesicht! Ich hab gedacht, du hast einen Bart! Du bist der Pflaumen! Ich weiß nur, Bart oder Babyface! Was bist du? Ich bin Bart! Bist du Bart? Babyface! Ich bin Bart Zinsen! Mich hab ich grad den Arsch gerettet, junger Mann! Hey, du hast einfach für mich gespielt! Was soll das? Ja, wenn du mir ins Gesicht guckst, dann darf ich auch spielen! Guck mal da ins Gesicht! Ey, da unten ist der Knoblauchzehe! Wirklich! Da war echt der Knoblauchzehe! Jetzt vergesst nicht zu spitten! Ja, sonst sind wir tot! Bitte spitten! Bitte spitten! Jetzt bitten! Oh! Schweine! Kotelett! Yes! Yeah! Yeah! Und noch bisschen was mitnehmen! Und... Nimm alles mit, was geht! Der fliegt einfach noch bisschen rum! Lass ihn halt fliegen, den Karlsson vom Dach! Karlsson vom... Ich wollte aber gar nicht! Explodier von selbst! Ich bin der Beste! Ich bin der Beste! Motherfucker! Ey, das sagt man ja, man muss zensieren! Motherpieper! Kann man einem Stück zensieren? Motherfucker! Motherfucker! Zerstörung! Ja! Man muss noch ein bisschen weiterzocken mit mehr Motherfucker-Wörtern! Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Jahr! Neuer Highscore! Wir sehen uns im nächsten Jahr, 2014! Nein! Wir spielen jetzt ein Jahr lang gar nicht mehr! Wir spielen 2014 erst wieder! Das wollt ihr auch, oder was? Oder wollt ihr uns wieder nächste Woche sehen? Wenn ihr uns nächste Woche sehen wollt, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein! Und schreibt in die Kommentare, was wir spielen sollen für euch! Jungs zocken! Jungs zocken! Tschüss!